Nice Surprise! Mal hören, wie begabt die Schüler so sind. Hallo erstmal, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin die Manuela und ich werde euch heute ein paar Wörter auf Kärnerisch beibringen. Darf ich mal fragen, wie ihr heißt und von wo ihr kommt? Mein Name ist Titi und ich komme aus Holland. Mein Name ist Jos und auch aus Holland, ich gehöre zu Titi. Ah super, okay. Mein Name ist Hedman und ich komme aus USA. Und um anzufangen, will ich mal durchfragen, wie ihr heißt, ja? Ich bin Vicky. Aus? Wachau. Aus Wachau. Sie? Falco aus Berlin. Erika aus Berlin. Andrea aus Ljubljana. Domenica. Aus. Aus Slovenia. Ich komme aus Italien. Kärner Karnnodeln. Kennt ihr das? Schmecken lecker. Schmecken lecker. Wunderbar. Nein. Wir in Italien essen Tortellini, die sind simile. Der Docker. Was könnte denn der Docker sein? Pasta. Klaun. Klaun. Also ich erkläre es euch mal, Docker ist so ein Begriff für Idiot. Ja? Also wenn ihr einen seht, der nicht wirklich gut Skifahren kann und der so ein bisschen schneidet oder so, dann könnt ihr Docker hinterher rufen. Wenn hingegen jemand bei euch, euch als Docker beschimpft, das ist kein Kompliment hier in Kärnten. Ah. Was könnte denn ein Dirndl sein? Was könnte denn ein Dirndl sein? Was könnte denn ein Dirndl sein? Eine bella ragazza. Bravissimo. Eine bella ragazza. Was kann man mit den hübschen Dirndl machen? Natürlich puzzeln. Puzzeln. Küssen. Genau. Richtig. Ihr seid ja schon fast kärntnerische Experten hier. Pfierteich. 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 Ja. Auch Fitti sagt man dann. Pfitti. Genau. Pfierteich. Bye-bye. Genau. Super. Ich würde sagen, ihr habt alle den Kurs bestanden. Und jetzt gibt es von mir eine offizielle Auszeichnung, dass ihr kärntnerisch sprecht. Mit K. Mit K. Mit K. Weiss ich das nicht. Hey Dominika. Gratuliere. Ciao. Ciao, ciao tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Das sind die nächsten neun Skifahrer am Nassfeld, die jetzt dank Sprachtrainerin Manuela recht ordentlich kärntnerisch sprechen können. Die frischgebackenen Sprachabsolventen starten nun mit den wichtigsten Kärntnerbegriffen in einen wunderbaren Skitag. Und Manuela gönnt sich eine kurze Pause und einen langen Blick auf das wunderschöne Panorama am Nassfeld. Untertitelung des ZDF, 2020